Es ist der 11. Juni 2014, Punkt 12 Uhr und Sandro und ich haben gerade unsere neuen Räumlichkeiten für die beginnende Firma entdeckt. Dieser Raum hier ist zwar leer, sieht auch gut aus, allerdings ist hier Wahl drin, hier. Und wenn man mal an der Pumpe vorbeigeht, findet man auch noch jede Menge Rippenbögen, Wirbelsäule Teil 1 und Wirbelsäule Rest. Aber es gibt noch einen weiteren leeren Raum und einen ganz hervorragenden Garten draußen. Und das soll jetzt für den Anfang erstmal genügen.